aber weil die alle nur eine hauptstraße sehen und das ist die hier weil auch nichts anderes angeschlossen ist ja geil so tote tote kranke tote ja die buslinie fährt ja auch noch nicht so weit das heißt also wir werden hier nochmal eine neue aufbauen die halt da unten anfängt sich dann dahin hocharbeitet einmal hier guten tag sagt dann auf der freundlichen seite des etwas und dann kann die erstmal hier zurück wir erweitern die natürlich dann später noch nur gerade brauchen halt nichts wirklich längeres so dann haben jetzt hier viele die möglichkeit einfach dahin zu kommen mit den öffis wenn wir die öffis haben ist das dann halt schön weil jeder kann halt oh ja ich muss jetzt aber zum arzt und hast du nicht und hast du doch und hast du hier und du denkst dir nur so alter geh doch einfach jetzt darüber und deswegen haben wir das dann einfach damit abgedeckt so stationslänge brauchen wir eigentlich nicht variieren wieso ist jetzt eigentlich so eine moveable rotatable hast du nicht gesehen haltestelle und nicht so was standardmäßiges so habe ich da gerade zwei hingesetzt und nur da eine ich habe keine ahnung und jetzt hier bitte wieder runter liebe baustellen bahn so zack hallo das ist ja auch mal zufriedenstellend hier ich hoffe dass die nicht raus guckt so einmal unterirdisch versenken ja das geht doch hey wer hat es gedacht so und hier raus machen wir dann erstmal die möglichkeit hier rum zu gehen und dann gehen wir hier auch wieder auf zwölf meter oder was das standard tief maß ist weil wofür brauchen wir bitte drei kilometer tiefe also eigentlich gar nicht bis jetzt ne und deswegen kann man das damit dann auch weghauen so genau derzeit laufen hier ganz viele leute halt auch ziemlich viele kranke aber das geht halt vielleicht sollten wir doch vorerst irgendwo noch eine station einbauen wo dann die leute hinkommen ich habe keine ahnung bis jetzt ja hier hinten ist gerade wieder einer abgeholt worden da ist auch noch einer und sonst ja es nimmt gestalt an es ist hier keiner mehr groß krank wir gucken mal schnell auf den müll ja der garbage ist natürlich schon ein problem aber scheinbar kümmert sich da keiner von denen drum ein hoch auf alles was es gibt und noch viel weniger so das wäre das hauptding das kostet 78.000 darauf sparen wir mal kurz ähm was ist das hier ne das ist das hauptding das kostet 125.000 ähm das kostet nur 55.000 und ich hätte gerne das hier gehabt ne ne das hat ein fließband das ist nicht so schön das hat auch ein fließband das hat auch ein fließband wieso haben denn hier alle ein fließband außer das hier also setzen wir hier kurz ein recycling lkw ach das ist eine müllkippe gewesen oh cool das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben hallo so weg äh ich wollte eigentlich kein dings center äh keine müllkippe haben ich hätte gerne hier schon so ein recycling center gehabt aber dann leben wir halt damit auch hier ist ein toter hier sind zwei tote drei vier vier tote was ist denn hier los ok auf jeden fall funktioniert es hier schon besser als vorher und haben wir nicht gesehen ähm dann machen wir jetzt hier einfach weiter ich cut jetzt hier die folge nicht äh weil wir bei 45 minuten sind dann teile ich die einfach durch zwei oder wenn ihr es gesehen habt habe ich sie wahrscheinlich schon durch zwei geteilt ähm weil äh für die leute warum habe ich dann die folge gecuttet weil es wahrscheinlich für mich viel zu lange war und für euch nach bei euch hätte die hälfte innerhalb der ersten äh viertelstunde wahrscheinlich abgeschaltet deswegen äh die die maßnahme so irgendwann muss ich mir auch das grundstück da mal leisten so äh hier hat noch nichts gebrannt ne gefühlt nicht ähm wie sieht es denn hier aus jetzt mit äh mit mit nicht mit kranken sondern mit toten äh wir haben mehr als genügend krematorien plätze das heißt den muven wir derzeit mal äh hier hinten hin dann sagen wir einmal bitte leeren dann macht ihr jetzt hier nämlich so einen Pendelverkehr äh äh und wenn die dann leer ist dann äh kann das auch abgerissen und äh verschoben werden so genau die rüsten hier wieder ab das ist schon mal ein super weg um hier ein bisschen hightech zu bekommen äh oder ein hightech rein zu steigen apropos hightech äh wir könnten nochmal gebiete hinzufügen die beispielsweise unser straßennetz hier erweitern man ich hasse dieses aktuelle muster grid was dann ab und zu da mal reinkommt und sehr sagt nöö das machen wir jetzt ja mal anders äh das ist irgendwie doch ein bisschen ärgerlich so äh genau haben wir jetzt hier vielleicht zwei drei mehr das passt auch fast perfekt ja ich hab's kapiert man jetzt bleibt doch mal locker ich baue doch hier schon ähm dann sagen wir hier ist glaube ich relativ mittig ne machen wir da einfach die hauptstraße jetzt hier nochmal durch oder so eine art hauptstraße durch wir brauchen ja nicht für alles immer 1000 hauptstraßen wir brauchen ja auch mal nebenstraßen auf dem wir dann lang gehen können ne beispielsweise brauchen wir hier äh müsste ich jetzt hier halt dieses nochmal ändern das was wir hier gemacht haben weil irgendwie ist es ja doch nicht so das hellste was wir haben und deswegen sollte da oder wäre die option da zu sagen ja wir rüsten mal um wir reißen abbauen neu um hier einfach zu sehen was geht hier optional an an sachen noch und der andere bereich wäre dann so ja wie viel können wir denn hier machen so dann machen wir hier einfach nochmal das durch ne das machen wir nochmal weg dann kommt dann da einfach commercial rein ist zwar komisch aber das schaffen wir genau und dann führt hier halt auch die straßenbahn einfach weiter ne da ist die straßenbahn ne so zack zack und zack dann führt die halt erstmal bis hier hin dann ist es halt so aber so schlimm ist es ja auch nicht dass die straßen dann bis hier hinten hin führt also wir schreien hier nicht alle auf und sagen nein das darfst du nicht oder so das ist ja ist ja alles noch legitim was hier ist daher so so genau dann kann die straßen manchen sanften kurve der rum fahren ja fahrzeuge die da jetzt hier rechts rum möchten sollten sich bitte vorher schon orientieren hier ein abzweig zu nehmen ähm ja okay wir gucken nochmal dass wir hier vielleicht was sanftes hinkriegen nein okay dann lassen wir das jetzt erstmal und dann führen wir die straßenbahn erstmal auf bis hierher koste es was es wolle wo ist die straßenbahn da ist china dann sagen wir hier äh 1 2 3 4 und jetzt sagen wir dankeschön liebe bahn wir führen dich jetzt hier noch weiter genau die letzte haltestelle war da das heißt wir können dann hier noch ein paar einsetzen und dann kann man hier halt sagen tschüss weil dich brauchen wir jetzt hier nicht dann bauen wir halt nochmal ein paar wasserleitungen aus zack und zack ach lol hier hinten haben wir ja auch wasser und abwasser nochmal oh gott ey also ja unsere stadt entwickelt sich langsam ob ja ob sinnvoll oder nicht das sieht man denn mit der zeit wenn wir entweder am ko punkt angekommen sind oder so sagen ja ein bisschen hätten wir uns auch zurücknehmen können ich hätte uns vielleicht ein bisschen arbeit gespart aber scheiß drauf schaffen wir schon ja beispielsweise hier müssen wir dann auch mal gucken wie wir diesen abschluss machen dass dieser abschluss ist einfach nur die gefragliche wie wir dann hier diese ecke machen die kante ist ja immer schön so ja könnte man halt so machen machen wir das jetzt wirklich so machen wir es nicht so wie ist jetzt vielleicht die einstellung dazu was machen wir hier das sind halt so diese standard themen so industrie muss schon wieder weiter ausgebaut werden apropos industrie bevor wir es vergessen wir machen auch wenn erstmal provisorisch machen wir jetzt hier hinten erstmal den abzweig der geht runter ja bis auf die höhe hier und dann einmal hier hinten lang und dann kommt hier hinten dran als allererstes unser allererster als allererstes als allerletztes eigentlich er kommt hier hinten dran nein ich will doch hier nicht untergrund dann kommt hier hinten dran hallo hallo ja dann halt nicht machen wir das so machen wir dann halt hier einen bahnhof dran das passt immer noch nicht so so ok so einmal bitte ja da hinten einmal bitte da vorne ja strom haste nur wasser nicht machen wir das so dann brauchen wir das netz in dem sinne nicht mehr abreißen und jetzt sollte hier ja bitte schon etwas verkehr lang was war das denn eben gerade für eine lkw sollte jedoch ein bisschen verkehr lang fahren was beispielsweise halt nach links möchte oder was halt nach rechts möchte da seht das schon hier kommen halt ein paar lkws jetzt an vielleicht bringt das ja auch noch ein bisschen was in richtung der der umsätze und sowas so können wir das hier mal wieder weg machen so hä wie habe ich da auf grünen gedrückt gelb so zack ja also wir müssen auf jeden fall hier noch einen größeren bahnhof hin bauen wo dann halt auch dieser ganze müterverkehr und sowas durch geht lang geht hier haben wir beispielsweise jetzt unseren ersten der fährt mit 50 prozent hört sich jetzt nach nichts an ist aber schon eine ganz schöne menge wenn wir uns da nicht täuschen lassen so apropos täuschen lassen wir brauchen hier hinten auch eine anbindung für das netz damit wir hier ja auch keine probleme bekommen mit auslastung oder sowas so jetzt hier wieder nach ganz hinten weil ganz hinten ist unser derzeitiger kreisel so ja der nimmt hier auch kaum gebiet weg das ist super so das müssen wir auch noch anschließen kein strom ja ok ja dann machen wir das halt so ne das kann da bleiben so dann ziehen wir halt hier industrial hoch wir nehmen den sogar nochmal weg weil das sieht irgendwie strange aus so also hier hinten kann jetzt auch was hoch gebaut werden wenn sie wollen genau können die lkws auch drehen oder alle fahrzeuge die hier reinfahren können hier halt auch drehen und dann wieder ohne probleme heraus so dann sagen wir hier halt auch nochmal ein zwei meter runter ja und prompt haben wir hier eigentlich keine verkehrsprobleme oder sonst was industrie haben wir auch genug und lkws fahren halt hier auch ganz schön viele hin das ist wird also noch eine spannende sache vielleicht verknüpfen wir das dann direkt mit dem hafen oder sowas hier was ist das denn auf einmal hier ist land wer seit wann ist da land wahrscheinlich eine sehr gute frage auf die mir noch keiner eine wirkliche antwort geben kann seit wann ist da land ich kann mich nicht im sinn dass wir da irgendwie land mal hatten haben sollten so hier mal klein und fein überbaut weg damit braucht man nicht viel zu verschwenderisch so dann bauen wir hier mal so eine kleine ebene ein oder das was man eben nennt und dann kann man hier schon mal wir hatten ja schon vor ich weiß nicht wie langer zeit mal gesagt dass wir dann hier auch einen schönen Hafen bauen werden und dann fangen wir einfach jetzt mal mit diesem Hafen an so nenne ich das mal da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was weg machen so stopp dann sagen wir hier 1 90.000 kostet das ding da wissen wir jetzt auch schon mal bescheid kostet 90 das heißt wir reißen dann ab das 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 und hier zwischen muss noch irgendwo einer sein oh ich habe vom Hafen die Straße abgerissen ich wusste gar nicht dass das geht ja und das ist auch schon viel zu hoch ok wir nehmen dann halt wieder unser Tool paar Meter runter ja das sieht ok aus dann wählen wir hier die neue Höhe an und dann wird hier einfach nochmal drüber gezimmert habe ich das richtig gesehen dass wir ah ok er hat jetzt hier mittlerweile echt einen Laufweg wie er da drauf kommt und wie nicht das war jetzt was Ferry und das war normal ok das heißt also wir haben das was jetzt hier derzeit hier rum geht da drauf so halt ne das ist ja das was was man sich hier wünscht damit jetzt hier die neue Connection kommt ob wir überhaupt kein Geld dafür bekommen eben so dann nochmal hier ein Stückchen verlängern genau und dann macht er hier auch keine Probleme wenn wir das wieder anbauen äh nur wir müssen ja erstmal zu dem Punkt kommen dass wir wieder Geld haben ja auf jeden Fall bauen wir dann das da hinten dran und dann kann hier auch ganz viel mit Zügen weitergearbeitet werden das sind ja außerdem die ersten Züge die hier lang fahren äh falls ihr euch mal fragt was ist das hier eigentlich was hier lang wird das sind die ersten Züge mehr haben wir hier auch noch nicht deswegen äh können wir hier leider auch noch nicht mehr sagen aber jetzt fahren sie alle hier lang ihr wollt mich doch verarschen kaum baut man den Kreisel fahren sie alle richtig so haben wir hier irgendwelche Probleme nö 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 sieht alles super aus und wir haben hier eigentlich viel zu viele Kreise was wieso brennt denn hier so viel wieso brennt unser unser Krankenhaus geil wo war denn die Feuerwehr bitte Niemals sie war gar nicht da Kapazität 6 12.000 Kapazität 6 12.000 äh Kapazität viel zu teuer auch ganz schön teuer aber klein das ist so beschiss ne hier brennt einmal was ab und was ist nicht da die Feuerwehr das heißt eigentlich müssten wir hier mitten in den Kern eine Feuerwehr bauen aber dann können wir uns keinen Hafen mehr leisten aber Feuerwehr geht vor sorry dann haben wir halt jetzt eine neue Feuerwehr hier hinten drin die hoffentlich dann auch mal was Gutes tut und auch mal löscht nicht wie die andere die dann nur noch rumsteht und sich denkt so vorher hast du halt Pech alter ne wenn du selber schon zu nichts kommst dann musst du dich auch nicht wundern wie viele warten hier stopp mal stopp mal stopp nein detail wo sind wir denn hier gerade 133 ist es hier nö das ist gar nicht hier wie viele Leute warten denn hier bitte das muss dann der hier sein ne da warten derzeit 290 Leute und die Linie fährt und die Linie fährt ja größtenteils voll ne so machen wir einfach mal 137 Prozent das heißt 4 Busse mehr als ursprünglich da waren ich hoffe einfach dass das hier irgendwie funktioniert und die Leute kommen ja eigentlich alle nur wegen dem äh ah lol der überlädt jetzt auch nur wegen dem Krankenhaus hier hin ne da muss ich sagen das Krankenhaus ist das beste was es hier derzeit gibt weil sonst werden wir hier nie fertig würden wir hier nie fertig werden so 63.000 haben wir hier wieder jetzt kommt oh hier kommt ein längerer Zug 100 Prozent ok also ein LKW 2 LKW 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 ok zu viele aber etliche LKWs was ich schon cool finde aber die fahren ja alle hier hinten hin und das brauchen die gar nicht weil das Gebiet gibt es offiziell gar nicht mehr ja also irgendwas wird es hier noch an Gebieten geben die wir später nochmal hier hinzufügen oder nicht hinzufügen aber eigentlich gibt es das Gebiet nicht mehr genau wie es später dieses Gebiet hier auch nicht mehr geben wird 132 zu 114 so wir wir packen hier nochmal so ein bisschen an und formen das hier auch nochmal so leicht wir wollen ja hier das doch schon mal so ein bisschen in die Richtung das ordentliche geht es fehlt auch nicht mehr viel dann bauen wir halt nebenbei nochmal ein bisschen aus so nächste zack große Straße geht hier lang und dann ja machen wir jetzt hier diese Märchendurchgangsstrecken wir gehen ja eh in diesem Sinne dann an vielen Stellen lang wo wir vielleicht vorher nicht lang gegangen wären das war da halt dann sagen ja da müssen wir jetzt halt durch ne so genau da gehen wir von da einfach da drauf äh zack obwohl wartet mal wir müssen hier irgendwie doch hä so also irgendwie müssen wir hier mit aufpassen äh dass wir doch nicht so viel Steigung drin haben wie vielleicht mal gedacht weil es gibt doch so ein paar Stellen die mir nicht ganz geheuer sind hier will ich mal behaupten so das ist die tiefste Stelle die ich immer an auch wie das und dann die auch nochmal so ein paar Blöcke genau dann haben wir das dann können wir hier auch jetzt diese Straße durchgehen durchgehend bauen so jo das heißt wir haben wir passen das Gebiet hier zwischen an wir haben jetzt hier ein neues Gebiet was erstmal dafür beschlagnahmt werden kann dass hier irgendwas gebaut wird so fast 90.000 das ist schon mal sehr schön das heißt also wir können gleich nochmal versuchen nochmal diesen Hafen zu bauen vielleicht dann auch diesmal mit Erfolg so wie sieht es jetzt Strom wie sie aus da haben wir noch ein bisschen genau U-Bahn fährt ja hier allerdings immer noch nicht aber der Rest fährt soweit und das ist gut also wir haben hier gerade kaum Probleme genau hier muss ich so ein bisschen Platz noch lassen weil hier wollten wir dann ja die Müllanlage einbauen die voll ist und das 43% voll der füllt das garantiert auch noch weiter dann müssen wir jetzt mal hier kurz das anmachen hier sind wieder tote 0 von 25 feuerversorgung im einsatz hier sind überall derzeit tote hier wird noch keiner abgeholt was den lustiger gut mal die leute ab so 33% voll es leert sich ziemlich schnell das ist cool nur machen wir irgendwie auch kein gewinn ah ah das geht mir hier schon wieder in die falsche Richtung die sollen hier fahren nicht stehen die sollen fahren so dann müssen wir das jetzt halt doppelt machen doppelt gemoppelt hält ja immer besser hallo da danke so du fährst da lang du fährst da und da lang du kannst ja meinetwegen auch darüber fahren so aber du fährst hier halt nur dementsprechend lang so dann haben wir halt zwei abbiegespuren ich hoffe dass das auch irgendwie funktioniert eine davon ist ja direkt festgeschrieben dass du nur nur einzeln abbiegespuren bist äh die fahren jetzt hier doppelseitig noch drauf ja ihr könnt hier auch die zweite spur nutzen hallo ihr habt zwei spuren und ihr fahrt alle nur auf eine ach Gott äh also wenn das spiel einen mag dann macht man genau das äh baut zwei spuren auf und wo fahren sie alle lang nur auf einer ich glaube du bist der erste nein hier liegt keiner ab ja sehr zufriedenstellend auf jeden fall nicht achso das achso vielleicht sollten wir erstmal den despawn erstmal wieder deaktivieren mal gucken wie das jetzt aussieht ob wir da irgendwie dann größere probleme mit haben oder ob das halt alles so naja ist halt so wir staunen uns hier trotzdem jetzt nicht ist oder ob es jetzt hier richtig probleme gibt so wir können in der zeit nochmal den hafen schnell bauen als eine der letzten taten für heute ich hätte gerne nur ein teil stück weg ne irgendwie funktioniert das nicht hä nein bulldozen bulldozen ah ah jetzt halt doch mal stülts spiel ja so ist gut dann haben wir jetzt hier den hafen dann könnten auch schiffe dahin fahren wenn wir was schon haben hätten äh wo wir sagen jo das passt wir haben hier beispielsweise auch ein flugzeug ich freue mich schon mega hier alles so ein bisschen ausprobieren das haben wir auch alles dabei standard equip ist also drinnen und da kann man hier hinten halt ja noch einen hafen bauen wenn wir weitere 90.000 haben kann man ja sagen jo ich hätte hier gerne aber einen zweiten cargo hub der andere kostet nur 60.000 aber ich hätte gerne doch hier noch so einen zweiten cargo hub weil er ist geil ist geil heißt äh ist geil äh ist ein youtuber äh ein englischer und mit dem kann man auch viel machen nein keine ahnung ähm wir müssen immer noch industrie bauen wieso haben wir also das spiel will mich ärgern wir brauchen nur industrie angeblich dann machen wir das halt spiel sagt wir machen so äh das machen wir jetzt immer wieder aus und dann musst du hier mal kurz unterstützen so ein bisschen was aufzufangen jo alter hier sind ja mega viele gerade wieder äh tot rote wieso wir haben doch hier nicht mal so viel was hier halt schief gehen kann wahrscheinlich war schon also abwarten tee trinken ne so äh aber jetzt abwarten tee trinken äh ich würde sagen das war es dann für diese folge wir sehen uns dann einfach in der nächsten folge von city skylines season 8 wieder äh bis dahin machen wir noch eine sache kurz und zwar bauen wir hier nochmal eine verbindung auf ähm wo autofahrer dann auch die alternativ hauptstraße nutzen könnten wenn sie bock haben wobei das scheinbar keiner bock hat nur abfahren äh und dann sehen wir uns halt wie gesagt einfach morgen in einer anderen folge wieder ich hoffe euch haben die letzten beiden halt gefallen es war eine wunderbare zeit danke haut rein und ciao jawohl wo w w w w w w Bis zum nächsten Mal.